Gestartet. Ja, meine Aufnahme ist gestartet. Ich würde sagen, das ist schon das Intro, oder? Ja, nein. Okay, du kannst das Intro machen, du hast das letzte Mal... Das war mein Handy, das ist schon kaputt, Alter. Ich mach's einfach mal... Du, da hättest du schon wieder Ei, da liegt auch Ei. Überall Ei. Warte. Ja, das geht bei... Ja, dein Handy liegt richtig gegen die Überallung. Alter, ich werde hier wieder angegriffen, Alter. Ja, wieso... Hey, Leute, und herzlich willkommen zur letzten Folge von Mike Bluff Rissen. Auf unsere... Es ist so wild. Auf unseren Kanälen. Ja, Mike und ich haben uns entschieden, dass wir das Projekt beenden. Aber, ich würde sagen, damit wir nicht beenden, einfach so... Also, wir machen die Erfolge noch, aber im Kreativamt... Leute, sagen wir es mal so. Slash Game Mode 3. Mache ich ein Kick... Mache ich auch mal in den Game Mode 3. Dann können wir uns das alles weiter angucken. Ach so, okay. Ja, warte. Warte, wie ging doch mal die Tastenkombination? F4? Slash Game Mode... Nee, nee. Oder F5? Nee, warte. F2? Oh, scheiße. Ach so, das heißt dann, okay. Ähm, okay, dann Slash Game Mode 3 ist das, ne? Ihr seht einfach... Yo, guck mal da, wo wir abgebaut haben! Alter! Leute, das ist der Grund, warum wir das Projekt beenden. Wir haben halt... Wir können halt nichts machen, weil diese Monster einfach alles killen, was dort einfach nur in die Quere kommt. Und wenn wir weiter runter gehen, sind halt auch nochmal 10.000 Monster, überall ist alles kaputt. Alles liegt hier überall rum. Und ja, ich würde sagen, soweit ich sehe, haben wir aber nichts übersehen in unserem Blog. Ich glaube, ich habe auch noch nichts gesehen, so eine Kiste oder so, wo wir übersehen hätten. Nee, weil die würde man ja auch sehen. Okay, deswegen sind wir jetzt hier oben und ich würde sagen, in dem Raum hier unten, wo die ganzen Monster sind, geben wir mal Game Mode 1. Ich mache hier mal den Wiederhin, ja? Das ist ja unser nächster Erfolg. Aber ich habe auch noch nichts gefunden bisher. Also Leute, also ihr seht hier, komplett krass, alles ist ja irgendwie zerstört und... Naja, wie gesagt, wir haben auch gesagt, wenn das jede Folge so läuft, oder mindestens jede zweite, dann macht es einfach keinen Sinn, weil... Okay, komm zu mir mal, in den Raum, wo die ganze Zeit Monster sind. Okay, das Ding ist halt, wenn wir jede Folge sterben, dann meinen wir wieder ein bisschen und dann sterben wir wieder, verlieren unsere Blut. Wir haben ja auch nur begrenzt Ressourcen, also so ist es ja nicht. Und mit Holzwerkzeugen dann weiter schaffen, ist nicht so geil. Ja, ich habe ein Diamantschwert mit Schärfe 1000. Ich mache alles One-Hit. Geil. So, warte, ich gebe dir auch eins. Wobei, nee, ich mache das mit dem Wieder, oder? Ich mache den wieder One-Hit. Komm mal unten in den Raum, ach du bist da. So, 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 so. So, kannst du mir das Schwert auch geben? Oh, Leute, wir haben einen neuen Erfolg. Den Winter. Na, Leute. Okay, und Dread critet ihn jetzt. Nee, ich mache es, ich brauche keinen Crit. Ich kann, guck mal hier. Ich kann auch sperren. Alter. Oh, Leute, der ist sogar nicht One-Hit von dem Tausender-Schwert, Junge. Der hat Schärfe 1000. Alter, was? Okay, aber ist schnell down. Ja. Okay, Leute. Welchen Erfolg müssen wir jetzt noch machen? Guck mal nach, was ist der Neue? Erstelle ein vollständiges Leuchtfeuer. Nee, 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 nee. Ah, doch. Erstelle ein vollständiges Leuchtfeuer. Ich glaube, das ist riesig. Weil ein vollständiges Leuchtfeuer, warte mal. Wie willst du das denn machen? Wir machen das mit Diablog, mein Flex. Wie viele sind das? Und so, und hast. Warte, ich google kurz. Minecraft 1.16 Leuchtfeuer aktivieren? Nee. Wie groß muss ein Leuchtfeuer sein? Nee. Ich glaube, man braucht irgendwie so, dass es reicht noch nie im Leben, mein King. Das muss noch viel mehr sein. Ja, wir sehen es ja, wenn es den Strahl gibt, oder? Warte mal, der Strahl ist ja nur, wenn oben nach oben frei ist. Aber der Strahl ist immer da, oder nicht? Oder nur bei voller Power. Nee, nee, ich habe jetzt erst mal nach oben ein Loch gemacht, dass der nach oben leuchten kann. Guck mal, der Creeper guckt uns so an. Er guckt dich an. Was guckt der mich an, Alter? Spaß. Okay. Du kannst oben weiterbauen, dann baue ich hier noch kurz fertig. Mach das. Digga, wie willst du denn? Oh mein Gott. Wie willst du denn so einen fetten Dings zusammenbekommen? Das sind ja so viele. So, mein King, wir haben. Wir haben alle. Hallo, Alter. Wir haben blöd durchgespielt, Alter. Komm mal hoch. Komm mal hoch. So musst du das mal anschauen. Guck dir mal das Gefängnis an. Von außen, von der anderen Seite. Weil wir das damals in die Ecke gebaut haben. Oh mein Gott. Richtig behindert. Also, das ist unsere Map, Leute. Das ist unsere Map. Junge. War eine geile Zeit auf jeden Fall. Also, kann man nichts dagegen sagen. War richtig geil. Aber am Schluss wurde es einfach abfuck. Und wir hätten noch so lange gehabt, Alter. Ja. Ja. Vor allem allein das Zeug zu fahren für das vollständige Leuchtfuhr. Ja. Das hätte ja Jahre gedauert, ey. Also, wirklich. Naja, Leute. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich würde sagen, ich nehme jetzt hier die Freiheit und mache die Abbot. Wenn euch das gesamte Projekt gefallen hat. Sowieso jede Folge. Weil das ist hier in der Kiste. Oh mein Gott. Leute, waren es so viele Erfahrungsfäsche in den und Pferd. Warte mal, warte mal, warte mal. Ein Pferd, wenn man ein Pferd bekommen kann. Och, das ist jetzt schade. Naja. Danke, dass ich nichts bekomme. Als Pferd sind hier viele. Meins. Alles noch runterfällt. Nein, Spaß, Leute. Okay. Das war's mit Minecraft Prison. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abbo. Schaut in die Playlist. Abonniert unsere Kanäle. Supportet uns. Und ich hoffe, wir können uns bald in einem neuen Projekt wieder begrüßen. Bzw. Red und ich sind da schon ein bisschen was am Plan. Die Stars Ahneners. Mal gucken, Leute. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr, oder? Sagen wir es so. Das Projekt startet in einer Woche. Schon wieder? Ja. Was? Du willst direkt weitermachen? Okay. Ja. Ich hätte gedacht, so zwei Wochen Pause. Aber okay, dann machen wir eine Woche Pause. Wir machen keine eine Woche Pause. Ja, stimmt. Für uns in einer Woche. Das geht nach. Wir sind direkt los. Okay, Leute. Dann, äh, dann, äh. Ja. Mal, ich rück mal nach hinten, Junge. Die XP einfach. Ja, ich sieh's, Alter. Bei mir schwammeln die auch schon rum. Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abbo da. Oh, dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. 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 Das war's für heute.